Musik Musik Ok Also Man wird das nicht kennen Und das ist ein Kremper Hier wird Die Luft Eingesaugt das ist ein Zippling es ist ... 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 Wenn es heiß wird, dazwischen ist entweder eine Thermopaste oder es ist so wie in diesem Fall auch da dran gelötet würde ich sagen. Diese Lamellen ermöglichen dann, dass die hier durch eingesaugte Luft die Temperatur, die da an dem Metall ist, abgeführt wird. Es gibt zwei Möglichkeiten etwas zu kühlen. Die Temperatur wird von dem Prozessor dann direkt hier rein transportiert. Das ist die erste und die zweite über die Umgebung und das ermöglicht das. Das Bauteil ist übrigens Stromversorgung. Wir haben noch etwas. Und zwar eine TV-Karte. So, woran erkennt man das? Das ist einmal von Felix. Dies ist auch sehr wichtig. So, das erkennt man einfach an diesen Anschlüssen. Ja. Das kann man ganz gut sehen. So. So wird das dann mal reingesteckt. Das zeige ich euch dann. Ja. Wofür ist die TV-Karte da? Ich denke das versteht sich von selbst, damit man auf dem Computer auch TV gucken kann. Beziehungsweise empfangen. So, kommen wir zu einer Grafikkarte. Das ist eine Grafikkarte. Die hat meistens auch direkt einen Kühler dran. Also den Kühlkörper und den Kühler. Das ist meistens direkt auf der Karte. Das sind die Steckverbindungen. Warte, ich zeige euch nochmal. Diese hier. Die 1, 2, 3. Das sind Steckverbindungen. Das heißt, es geht in. Wird einfach. So. Was ist auch dabei noch wichtig. Also die. Dies ist auf jeden Fall wichtig. Die 126 MB. Das ist sehr wichtig. So, die Anschluss. Die. Gehen wir dann zum späteren Video nochmal. So, was gibt es hier auch wichtiges? Eigentlich. Das Bauteil selbst. Also die Grafikkarte. Die ist dafür da, dass alles Grafische im Rechner gerechnet wird. So. Also hier haben wir die Grafikkarte. Eine TV-Karte. Eine CPU. Das sind so die einigen Bauteile von dem PC. So wie ich den habe. Und ihr anscheinend habt auch welche. Sonst könntet ihr das ja nicht gucken. Dann kommen wir zu diesem Teil. Und zwar dem Netzteil. So. Vorsichtig vorab. Der Metallkörper. Sehr wichtig. Wir haben hier einen Schutz. Und zwar die Erdung. Und das ist beim Stromschlag so. Wenn man eins bekommt. Dann fließt der Strom über den Körper. Also über den Menschen. Und dann schaltet die Fi das ab. Und wenn es über die Erde geht. Soweit ich das verstanden habe. Beim Kurzschluss geht es sofort über. Also in die Erde. Weil das so halt ist. Der Strom nimmt immer diesen Widerstand. Das ist für den Strom ist sehr wichtig. Und dann nimmt diesen geringeren Widerstand. Und die Erde hat geringeren Widerstand. Als der menschliche Körper. Also geht das sofort in den. Also in die Erde. Und Fi schaltet der Rege da trotzdem. Soweit ich das verstanden habe. So. Also wie gesagt. Ein und ausschalten. Das können wir. Weil wir sind hier nicht am Netz. Dann haben wir hier den. Die Stromversorgung. Sehr viele Kabel. Das geht an die. Platte selbst. Ins Motherboard. Da sind noch ein paar Schalter. Das ist äh. Was ist das? Diese hier. Ist die Stromversorgung. Zum Beispiel für den. DVD Brenner. Sag ich mal. Das ist die Stromversorgung. Für die Laufmaske. Das ist einer. Das ist einer. Dieses hier. Und dieses. Oder. Ja. Würde ich sagen. Erstmal. Was ist das? Ich kenne mich da. 100%ig auch nicht aus. So. Das geht an die. Platte. Aber das. Wenn wir das dann zusammenbauen. Dann sehen wir das. Wo das alles. Hinkommt. So. Wie gesagt. Sehr viele Kabel. Sehr viele Stecker. Das gibt es dazu noch. Zu sagen. Auch sehr wichtig. Da wir im Netz. Ja. Wechselstrom haben. Haben wir hier einmal. 3,3 Volt. Gleichstrom. 5 Volt. Gleichstrom. Und 12 Volt. Gleichstrom. Ja. Das heißt. Das ist ein Richter. Der. Wandelt sozusagen. in den. Strom. Das steckt aus. In den. In den. Gleichstrom. So. Okay. Das war's jetzt mal. Kurz noch etwas. Ich habe hier ein. Laufwerk. Das. Kann ich euch gerne zeigen. So. Und das. Und das. Sind die Stecker. Hier kann man das ganz gut sehen. Ich zeige es nochmal. Also hier sind die. Plus 12 Volt. Plus 5 Volt. Also auf jeden Fall Plus. Und Volt. Plus und Volt. Und hier. Das Grund. Ja. Kann man das sehen. Moment. Ja. Ja. Okay. Ähm. Wir nehmen einfach. Und ein Kabel. Das ist im Grunde egal welchen. Und stecken das da. Einfach. So funktioniert das. Ja. Hier sind natürlich mehrere. Also vier hat uns gesagt. Und vier Laufwerke. Können wir dann. Da dran machen. Hier sind auch andere Anschlüsse. Dazu kommen wir später. So. Das ist die. Pfappe. Also. Da ist das CPU. Das ist ja eine andere. Aber. Ich zeige euch das jetzt. So. Das ist der. Arbeitsspeicher. Ja. Das ist einer. 256. Der hat ganz. Äh. Andersrum. ganz eine. Mal mit. Der passt hier gar nicht rein. Ja. Scheiße. Der passt da nicht rein. Okay. Das passt da einfach nicht rein. Das passt da einfach nicht von. Link nicht. Hm. Komisch. Okay. So. So. Was können wir hier noch. Machen. Ja. Da sind diese Anschlüsse. hier einfach mal. Ganz vorsichtig. Das müsste gehen. Das müsste gehen. Das gehört dann. ganz vorsichtig. Das ist die Führung. Ja. Das ist ganz andere. Arte. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Okay. Dann schauen wir uns das. Trotzdem mal so. Man müsste ich. Denke ich jetzt. Denke ich jetzt. Diese CPU. Das zeige ich euch mal. Ich hab. Ja. Trotzdem. Das Teil da. Also. Das Teil da. ist dann da drin. Also. Ich weiß nicht wie das aufgeht. Man zieht einfach hier dran. Macht das auf. Und dann geht das auch auf. So. Da drin ist wie gesagt. Der Prozessor. Ja. Einfach. So. Wir könnten diesen auch. ins Anschlag. Das geht dann einfach. So. Und man hat das. So. Kann man das. gut sehen. So. Jetzt haben wir das auf. gemacht. Was heißt das jetzt. Was heißt das jetzt. Oh. Das ist bisschen dreckig. So. Das weiße da. Das weiße Zeug. Das ist die. Sogenannte Thermopaste. Die leitet dann. Damit das. Ähm. Diese Pressfläche. Dazwischen ist die. Paste. Die ermöglicht dann. Die. Besseren Wärmetransport. So. Wie gesagt. Also. Wenn wir das jetzt. So als Bauteil. Hätten. Dann würde die Luft. Beziehungsweise. Die Wärme. Von diesem Bauteil. Einfach. Über die Luft. Abgeführt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Also. Entweder über die Luft. Oder über die. Also direkt. Über. So. Meistens. Aus. So. Okay. Also. Holen wir uns jetzt. Thermopaste. Und. Bauen das. Wieder. Zurück. Bis gleich.